Wieso hört man eigentlich gar nichts mehr von den Piraten? Hi, ich bin Michelle. In der Schule war ich Rollenspieler, Punk, Nerd, Außenseiter. Jetzt bin ich seit acht Jahren Pirat, sitze als Vorsitzender der Piratenfraktion für euch im Landtag und bin immer noch irgendwie Außenseiter. Ich habe mich nicht angepasst, bekomme keine Zulagen, die gegen das Grundgesetz verstoßen oder lehne Anträge nur ab, weil sie von einer anderen Partei kommen. Ich bin ein Verrückter, der nicht nur auf die Umfragen schielt und für die nächste Wahl arbeitet, sondern jemand, der gern weit nach vorne denkt. Wie leben wir in 20 Jahren? Warum muss mein Kind sich noch über die Braunkohle aufregen, über die Ehe für alle diskutieren oder sich für einen Joint rechtfertigen? In 20 Jahren bestellt der Kühlschrank die Milch selber, Autos fahren ohne Fahrer, Maschinen zahlen Steuern und die Hälfte der Leute braucht keiner Arbeit mehr nachzugehen. Na und? Wir haben dazu hunderte Anträge und Anfragen gestellt, um diese Fragen zu klären, diese Themen zu bearbeiten. Wir Piraten wollen ein Demokratie-Update, das Wahlrecht für Jugendliche, transparente öffentliche Haushalte, weniger Überwachung, Datenschutz, Online-Beteiligung, Lobbyismus kontrollieren, die Trennung von Kirche und Staat, Raust aus der Braunkohle, fahrscheinfreien ÖPNV, Glasfaserausbau, offene Daten, Freifunk fördern, das Pflichtfach Informatik, G9Jetzt, Inklusion finanzieren, die Kindergrundsicherung, beitragsfreie Bildung, menschliche Pflege, Start-ups und Handwerk zusammenbringen, Freiräume für soziales Engagement schaffen, Geflüchtete integrieren, Queer-Vielfalt, Cannabis-Freigabe, das bedingungslose Grundeinkommen, Freiheit. Vor allem wollen wir Freiheit. Und jetzt habt ihr was von den Piraten gehört.